Ich bin jetzt doch noch da. Ich mache jetzt noch einen Song, weil YOLO. YOLO. Weil YOLO. Die größte Bedrohung unseres Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn retten wird. Ikea. Du sagst es. Einmal wäre, womit ich konform gehe. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's. 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 Ich finde jemanden besonders. Ich glaube, dafür bin ich noch ein bisschen zu mir. Das wäre doch erst fertig. Die beste Zeit fürs eigene Zuhause ist... Das kann schon mal was hier drauf. Sie ist müdlich, ist Gerze an. Sie ist müdlich, ist Gerze an.